Hallöchen Leute, wenn ihr das hier seht, sind es ungefähr noch 15 Minuten bis 18 Uhr, der Beginn unserer Aufnahme und eine kleine Planänderung, denn momentan bin ich im Free Event auf German 1, wo ihr merkt, und dort werde ich jetzt verbleiben und um Punkt 18 Uhr einen Raum eröffnen und dort werde ich ein Passwort reinhauen. Und mitsamt dem Raumnamen werde ich dies in die Kommentare dieses Videos, wo ihr übrigens keine Kommentare posten könnt, weil ich das ausgestellt habe, denn dann sieht man meine Kommentare besser, dort werde ich sozusagen einen Live-Ticker schalten. Also ich werde jedes Mal, wenn ich einen neuen Raum aufmache, ein Passwort posten, also ein Passwort und den Raumnamen posten auf Free Event und wenn was anderes, wenn ich auf einen anderen Server connecten muss, weil es irgendwelche Probleme gibt, dann schreibe ich das auch dazu. Und naja, dann müsst ihr eben, also dann müsst ihr eben den Live-Ticker in YouTube verfolgen, also praktisch das YouTube-Video aufmachen und dann automatische Updates bei den Kommentaren anschalten. Wenn ihr das nicht könnt, müsst ihr halt immer F5 drücken, aber das ist ein bisschen umständlich, aber ihr kriegt das schon hin. Auf jeden Fall poste ich das jedes Mal hier rein und dann werdet ihr das sehen, in welchem Raum ich bin und mit welchem Passwort der Raum versehen ist. Und ich werde nach jedem Match, das ich bestreite, komplett einen neuen Raum aufmachen, damit jeder eine Chance dazu hat, reinzukommen, wenn er schnell genug ist. Also ich kann keinen aussortieren, das liegt nicht in meiner Natur. Und naja, also wie gesagt, nach jedem Match, das ich mache, werde ich einen neuen Raum eröffnen. Alle, die das gesehen haben, müssen das bedenken. Okay, das war alles zu sagen. Wir sehen uns in 15 Minuten. See ya, Leute. Wir sehen uns in 15 Minuten.